Das höchste Gut ist die Gesundheit unserer Pferde. Denn erfolgreich reiten funktioniert nur mit einem gesunden Sportpartner. Mithilfe des Equestrix Sattelclips kann ich mein Training super gestalten. Das heißt, ich kann es sehr gut analysieren. Anhand von einfachen Grafiken, die auf dem Handy dargestellt werden, hat man so die perfekte Kontrolle für ein ausbalanciertes Training. Ein Pferdspill ist ein Pferd mit sehr viel Schwung. Und da muss ich daran arbeiten, dass er immer schön gleichmäßig abfußt hinten. Und das kann ich dann mit dem Equestrix schauen, ob meine Arbeit richtig war oder nicht. Oder ob ich es am nächsten Tag korrigieren muss. Ich finde den Equestrix Sattelclips sehr gut, da ich jetzt ein bisschen besseren Einblick in meine Trainingsabschnitte bekomme. Vorher wusste ich nicht, ob ich allen Pferden gerecht werde. Und das habe ich jetzt ganz gut unter Kontrolle und sehe da auch sehr positiv in Fortschritten, glaube ich. Ich muss sagen, ich finde das Equestrix Sattelclips ganz toll. Ich finde, dass es mein Training super aufwertet. Gesündere Pferde durch besseres Reiten. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel.